Europa will klimaneutral werden und wir bei Amprion leisten dazu einen entscheidenden Beitrag. Denn ein klimaneutrales Energiesystem braucht innovative und leistungsstarke Technologien. Ein Baustein für die zukünftige Energiewelt ist unsere neue Hauptschaltleitung in Brauweiler bei Köln, kurz HSL. Sie hält nicht nur das Amprion-Netz stabil, sondern nimmt auch die Netze in Deutschland und Europa in den Blick. Sie ist das Herzstück einer Systemführung der nächsten Generation. Hier laufen alle Fäden zusammen, die dem europäischen Stromnetz seine Stabilität verleihen. Rund um die Uhr überwachen hier Ingenieure die Stromflüsse, Spannung und Frequenz in Echtzeit. Sie beobachten die Netze von Frankreich bis östlich nach Tschechien und von Dänemark bis nach Italien im Süden. Die neue HSL übernimmt künftig eine Schlüsselrolle, um immer mehr Wind- und Solarstrom in das Energiesystem zu integrieren. Genauso wichtig wie die moderne Technik sind die Menschen, die dafür sorgen, dass alles reibungslos funktioniert. Die neue Amprion HSL – ein zentraler Baustein für das neue Energiesystem in Deutschland und in Europa. Amprion verbindet Ange-Genergie 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 Ange-Genergie